Mit Suchmolch zum Marktführer. Die ARS Betriebsservice GmbH ist ein Unternehmen der Preuß-Gruppe und auf die Betriebsführung von Pipeline-Systemen spezialisiert. Die GmbH bietet ihren Kunden einen Komplettservice an. Beginnt von der Trassenkontrolle, Inspektion, Wartung und Molchung bis hin zum Aufbau und der Betreuung des Pipeline-Integrity-Management-Systems der ARS Geopipe und des Wartungsmoduls PipeCheck. Zudem bietet sie einzigartige, eigenentwickelte, pipeline-spezifische Produkte und Lösungen an, die die gesetzlichen und sonstigen Anforderungen und Besonderheiten bei Pipelines berücksichtigen und setzt europaweit komplexe Pipeline-Dienstleistungen in puncto Entleerung und Wiederbefüllung von Pipelines um. Gepunktet hat die ARS Betriebsservice GmbH zudem mit der Weiterentwicklung von Leck-Suchmolch-Technologien, für die sie deutschlandweit der einzige Anbieter ist. Entsprechend der technischen Parameter des Pipelinesystems werden kundenspezifische Molche, also Reinigungs- und Inspektionsgeräte für Röhren entwickelt und zum Einsatz gebracht. 2016 erzielte die ARS Betriebsservice GmbH mit dem in Höhe von 17 Millionen Euro bisher größten Umsatz in der Firmengeschichte ein Rekordjahr. Im Rahmen der Nachwuchsförderung bietet das Unternehmen Schüler- und Studentenpraktika, beteiligt sich am Girls' Day und unterhält Schulpatenschaften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017